Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena und wir haben, ich habe jetzt kurz ein bisschen was geändert, zu escort Hedens Cousins, ja, wir müssen, ah, den habe ich schon gemacht, okay, okay, ich habe jetzt kurz nochmal OBS ein bisschen bearbeitet, so dass hoffentlich nichts mehr kommt, so dass mein, die Face Game hier plötzlich auftaucht und dann nicht, I was just talking to a singularly well-known individual called Mababjik, the north, who was looking for someone to get something, didn't give any more details than that, you might look south west of the, uh, in the tabards, genau, südwestig muss immerhin, für Arbeit, also diesen Weg, und dann, gucken wir mal hier, ob der irgendwas überarbeitbar ist, weil wir brauchen Gold, äh, ähm, warte, und dann gehen wir jetzt hier mal nach Westen, äh, Westen, auslösst, Da müssten wir auch langsam bald irgendwo wieder irgendwelche Leute finden, die Arbeit geben. Hier ist aber ganz schön viel Platz. Moin, du kannst jetzt bestimmt auch sagen, wo Arbeit gibt's. Wir brauchen Gold. Wir müssen unsere Ausrüstung verbessern. Silber Hansmann. Ah, okay. Silber Hansmann. Ja, die hat's mir auch geschrieben. Nice. Boah, ich liebe das wirklich, wenn die's mir aufschreiben. Was ist das hier denn? Ich glaube das hier ist jetzt. Das ist Silberner Hansmann. Und selber Hansmann. Nice. So. Muss der Barkeeper hier irgendwo sein, da ist der ja. Ja. So. 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 so hier gibt es nicht weiter meine ich muss mich hier rum aber was denn jetzt gerade los warum ruckelt der so muss ich hier vielleicht doch ein bisschen runter gehen also extrem gerade wir fragen mal in devils castle der hat mir auch auf die märkte zeigt jeder wette dass das gleiche nah dran ist das da und gefreut muss das hier sein und so you walk out of the cloudy autumn day into the devil's castle the smell of baking bread pulling on you like a lua oder schuhe oder was und da fragen wir den jetzt den haben wir jetzt gebohlt und wo müssen wir jetzt nochmal zurück wenn wir hier mal hingehen und sobald wir das erledigt haben würde ich sagen gehen wir mal weiter nach hammerfeld aber jetzt wo waren jetzt äh silberne huntsmann äh nein hallo silber huntsmann da unten ah süden wir sind ganz schön weit nach süden ey ich bin auf das s das wird ne aufgabe da durchzukommen da durchzukommen weißlauch ist hier schon krasse labyrinth das ist es ich bin aufgabe so wie weit sind wir jetzt ich bin aufgabe nach links und dann sind wir schon da so den erledigen wir noch und dann Also diese Quest, und dann geht's rüber nach Hammerfell, passt ja, so, jo, 64 Gold, gehen wir noch mal raus, und dann will ich auch endlich mal was Neues sehen, neue Gegenden, als, äh, hier, Himmelsrand, Skyrim. Gehen wir mal hier rüber. So, wo wollen wir eigentlich anfangen, weil, äh, so, wir haben ja hier irgendwo eine Quest, und wir fangen in Sentinel an, das hört sich cool an. Oh. Oh. 389. Jo. Dann reisen wir da mal schnell hin. Und... You have arrived in the city state of Sentinel in Hammerfell, Proverbs. Jo. Sun's task in the year 3. era 390. It took 44 days to reach your goal. Very traveler, you are entering Sentinel, the guardian of Starfall Bay. Learn what it is to be survivors. For amongst enemies we stand alone. Musik hört sich mittlerweile anders an. Hey, aber... Es sind schon andere Atmosphäre hier. Nicht so neblig, ist heute aber aufgefallen. Gucken wir uns die Map von Sentinel an. Hier ist überall Wasser. Okay, weiter nach Westen können wir mit der Map nicht. Jo. Das ist das westlichste von der Map her. Die ist aber auch riesig. So. Oder fragen wir den mal? Äh... Rumors? Was hat er so generell gehört? The Prophet IC tells me that Hammerfell will be decimated by Black early next year. Okay. Der bestimmt auch was über Arbeit gehört. Ever done any delivery work? Well, no matter. There is a mysterious character called Bo in a Tavern. Just south of here. This character isn't very demanding. Just needs a bit of help. Natürlich, okay. Dann gehen wir Richtung Wyden. In eine Taverne. Ja, aber hier ist ja schon ganz anders die Atmosphäre. So. Und wir können diesmal richtig weit gucken. Jetzt erstmal will ich wissen, wo gibt's denn die Taverne? So. Arbeit. Here is what you do. Go to the green sailors, that's just south of here, and ask for a mysterious character called Bo. I am pretty sure there is a job for a third node like you. There is no such thing as a simple delivery job, you know? Okay. Green sailor. Gucken wir mal. Jetzt south of here. Last time to check. Okay. Einfach noch weiter südlich. Dann schauen wir mal, wie wir weiter nach Süden kommen. Hier glaube ich eher weniger. Was wäre ich da reingefallen? Gebäudestruktur ist ja auch, also was heißt Gebäudestruktur, also wie der Design der Gebäude ist ja auch ein bisschen anders, aber auch nur leicht. Ich sehe hier keine Tavernen. Moin. Du kannst mir bestimmt sagen, wo der Green Sailor ist. Ah, die hat mir auch geschrieben. Okay. Perfekt. So. Ah, da. Oh. Muss hier so hinzukommen. Okay. Ist auch interessant, dass die Tavernen sind. die hier so krass versteckt sind. Aber wer versteckt seine Taverne so? Wer versteckt sie denn bitte so? Ähm. Hier. Okay. Aber der Barkeeper bleibt immer weiß. So. Moin. Du hast Arbeit für mich, habe ich gehört. Ehm. Lend mir your ear for a moment, Nord. For reasons of the utmost importance of the welfare of this city-state, it is imperative that this gold in God be delivered to restless Degas by Midas. Second of sun stars. I have a content there, who will give... Contact there. Who will give you 76 gold if you can make it on time. Will you help me in sentinel? Ehm. Restless Dagger? Muss ich hin? Okay. Machen wir. Den ruhlosen Dolch. Wie spät haben wir es eigentlich jetzt? 8.10 Uhr am Morgen. Okay. Moin. Du kannst mir sagen bestimmt wo der ruhlose Dolch ist. Restless Dagger. Red Skull. Hey. Ne. Red... Ach. Restless Dagger. That's easy. It's not the rest of you. Okay. Not the rest of you. Boah. Da muss man immer aufpassen. Dass man hier nicht runterfällt. Okay. Und ich weiß nicht ob ich dann auch wieder hochkomme. Moin. Sag mir mal bitte wo ist der ruhlose Dolch? Aber ich... Red Skull. Da... Da feiere ich ein bisschen so eine... Okay. Vielleicht wussten die es damals bei... Äh das war es gar nicht. Aber... Das ist für mich persönlich einfach eine äh... Quest von hier. Okay. Das ist für mich eine Anspielung an Marvel. Hier Captain America. Obwohl die Comics an sich sind... Gibt es ja schon länger. Und der Name Red Skull ist einfach geil. Vielleicht ist das aber auch einfach so ein... Allgemeinbegriff oder so. Den man immer irgendwie nutzt. Moin. Da können wir bestimmt sagen wo... Der ruhlose Dolch ist. Äh... Jetzt nötig von hier. Okay. Ich hoffe das ist der. Und... Ist das das? Äh... Als du entdeckst. Als du entdeckst. Der Dancing Port. Der Dancing Port ist nicht das was ich gesucht habe. Vielleicht ist es aber im selben Gebäude. Vielleicht ist es das hier. Und... Restless Digger. Okay. Die wichtigen sind immer so versteckt. Ah da ist ein Barkeeper. So. Jo. Haben wir geschafft. Äh... Before you reach the bar. A singularly well known woman. Called Motherflesh. Signals to you. And speaks in a conspirational whisper. They tell me you are called Max Deus. If you are as tough as you look. I know a way for you to get a quick 60 gold pieces. This white rose I have. Was supposed to be a... Queen's Cutlass yesterday. And... If it ain't there by Midas. Second. Of eh... Sun's Dusk. Things could get real nasty. Someone there will give you your reward. If you are at Queen's Cutlass on time. You are my savior. Good north. Goodbye and good luck. Äh... Das muss ich mir mal durchlesen. So. Äh... White rose to Queen's Cutlass. Äh... Äh... Okay. Ich dachte da wäre jetzt irgendwie... Äh... Warte mal. Wo war denn der Auskampf? Ich gucke mich aber so ein bisschen wie... Hä? Wo ist der Auskampf? Ach so da. Ein bisschen versteckt oder? Ja. Das klang für mich so als äh... Ich wäre da irgendwie noch mehr dazu gekommen oder so. Oder war ich... Oder war ich ein bisschen zu blöd das zu verstehen? So. Ach da ist jemand. Moin. Äh... Wer ist... Fuck jetzt habe ich vergessen was ich suche. So. Queen's Cutlass. Genau. Bestimmten Inn. In... Queens Cutlass. Da haben wir's. Äh... South of here. Okay. Dann gehen wir weiter. Oh. Ne. Das ist ein Waffenladen. Okay. Ich habe kurz gehofft, dass wir eine Taverne. Moin. Oh. Finn. Und... Queens Cutlass. Äh... North East of here. Ich bin zu weit. Oh. 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 Or ist es in dem hier. Oder ist es in dem hier? Wie wird es das hier? Okay. Nee. Wressless Cut ist wiederum was an und ich. Irgendwie wieder raus. Du kannst mir das bestimmt sagen. In und dann Queens Cutlass. Immer noch Nord-Eastlich von hier, okay. Stimmt hier. Das könnte es sein. Hier geht es rein. Dann muss es das hier sein, ne? Uuuuund... Eine White Girl. Ich habe jetzt gerade durchgelesen, wo steht jetzt, wo wir sind. Auch falsch. Dann würde ich sagen, wir gehen noch mal ein bisschen weiter Nord-West-Lich. Oder Nord-West-Lich meint. Entschuldigung. Ich hoffe, das hier ist das hier. Das ist auch falsch. Du kannst es mir bestimmt sagen, bitte. Ich will es wissen. Ist auch West-Op hier. Jetzt bin ich wieder zu weit. Du kannst vielleicht doch in dem Gebäude sein. Neun. Wer ist... Queens Cutlass? Ah, sie zeigt es mir endlich. Endlich eine, die mir zeigt, wo das ist. Ah, es gab hier einen Endgang und hier. Okay, okay. Dann wissen wir es jetzt. So, Queens Cutlass. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dann sehe ich schon den Barkeeper. So, wir haben den Punkt. Okay, dann gehen wir jetzt hin. Wie viel haben wir jetzt an Gold? 399 haben wir wieder. Hier haben wir alles noch. Platte, Platte, Platte. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Ciao! Ciao Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020